Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Fische, du befindest dich heute am Zusammenfluss von Chancen und harter Arbeit, eine Kombination, die sowohl für deine persönlichen als auch für deine beruflichen Bemühungen vielversprechend ist. Die Metapher eines großen Flusses, der als kleiner Wassertropfen beginnt, beschreibt deine aktuelle Situation treffend. Du befindest dich an einem Punkt, an dem die kumulative Wirkung deiner Bemühungen zu bedeutenden Ergebnissen führen wird. Deine natürliche Neigung, hart zu arbeiten, wird dir dabei helfen, und am Ende des Tages wirst du wahrscheinlich ein tiefes Gefühl der Erfüllung verspüren. Die Zufriedenheit, die sich einstellt, wenn du deine Aufgaben gewissenhaft verfolgst und abschließt, ist ein Beweis für deine Hingabe und Ausdauer. Was deine persönlichen Beziehungen angeht, gehören Wärme, Fürsorge und Einfühlungsvermögen, die du mit deinen Freunden teilst, zu deinen wertvollsten Eigenschaften. Um diesen wichtigen Teil deines Wesens zu erhalten, ist es wichtig, dass deine Energie frei fließen kann. Regelmäßige körperliche Bewegung, vor allem Yoga, kann dir dabei sehr helfen. Die Kombination aus verbesserter Blutzirkulation, Muskeldehnung und tiefer Atmung im Yoga fördert nicht nur das körperliche Wohlbefinden, sondern hilft auch dabei, deinen emotionalen Überschwang zu zentrieren und auszugleichen. Dieses Gleichgewicht ermöglicht es dir, deine Energie in sinnvolle und konstruktive Bahnen zu lenken. Am Vormittag werden deine Planungs- und Organisationsfähigkeiten geschärft, um eine solide Grundlage für die Aufgaben des Tages zu schaffen. Sei jedoch auf den Nachmittag vorbereitet, denn unvorhergesehene Ereignisse könnten deine gut ausgearbeiteten Pläne durchkreuzen. In dieser Zeit sind Flexibilität und Anpassungsfähigkeit gefragt. Die Fähigkeit, um zu schwenken und sich an veränderte Umstände anzupassen, ist der Schlüssel, um den letzten Teil des Tages erfolgreich zu meistern. In deinem Liebesleben deutet die aktuelle Ausrichtung der Planeten darauf hin, dass dein Partner oder potenzieller Partner nach konkreten Antworten und Verpflichtungen sucht. Sie geben sich vielleicht nicht mehr mit Wagen oder unverbindlichen Antworten zufrieden. Sie suchen nach greifbaren Beweisen für deine Absichten oder Gefühle. In dieser Situation ist eine konzentrierte und praktische Herangehensweise gefragt, die sich auf die Gegenwart konzentriert und klare, geradlinige Antworten liefert. Sei dir jedoch bewusst, dass ihre Geduld schwinden könnte, daher ist eine rechtzeitige und ehrliche Kommunikation entscheidend. Wenn die Feiertage näher rücken, stehen die Sterne gut, um ein wichtiges Telefongespräch in dein Leben zu bringen. Erwarte noch vor Weihnachten einen Anruf, der den Verlauf deiner Feiertage verändern könnte. Es könnte ein unerwarteter Anruf von jemandem sein, von dem du schon lange nichts mehr gehört hast, der alte Freundschaften wieder aufleben lässt oder verlorene Verbindungen wieder aufleben lässt. Es kann aber auch sein, dass du den Drang verspürst, dich mit jemandem aus deiner Vergangenheit in Verbindung zu setzen, an den du schon lange denkst, der aber aus deinem Leben verschwunden ist. Dieser Anruf wird nicht nur ein einfacher Austausch von Höflichkeiten sein, sondern wichtige Botschaften oder Offenbarungen mit sich bringen. Nutze diese Gelegenheit, denn sie verspricht ein Gefühl von Abschluss, Erneuerung oder unerwarteter Freude. Denke daran, dass die Macht der Kommunikation immens ist und dass dieses Telefonat der Schlüssel zu einer erfüllteren Gefühlswelt sein könnte, wenn du das neue Jahr beginnst. Wenn die Sonne in den Steinbock eintritt und damit die Wintersonnenwende und das Weihnachtsfest einläutet, solltest du dir der energetischen Verschiebungen bewusst sein, die diese Zeit begleiten. Die Ausdünnung des Schleiers zwischen den Welten kann zu Schwankungen des Energieniveaus führen, von hoch bis niedrig. Der Widermond bringt tagsüber Leidenschaft und Tatendrang mit sich, während der abendliche Übergang zum Stiermond zur Entspannung und Genuss anregt. Genieße diesen Wechsel, indem du ein besonderes Abendessen zubereitest und vielleicht mit neuen Rezepten oder Geschmacksrichtungen experimentierst, um zu Hause ein feines Esserlebnis zu schaffen. Verbringe den Rest des Abends damit, dich zu entspannen und dich auf die Energieverschiebung einzustellen, sei es durch entspannende Aktivitäten, ruhiges Nachdenken oder einfach, indem du es dir zu Hause gemütlich machst. Dies ist eine Zeit, in der du dich selbst nähren und den Übergang vom energiegeladenen Widder zum beruhigenden Stier in Ruhe vollziehen kannst. Zusammenfassend lässt sich sagen, Fische, dass es heute darum geht, Chancen durch harte Arbeit zu nutzen, deine einfühlsame Natur durch Selbstfürsorge zu bewahren, angesichts unerwarteter Veränderungen anpassungsfähig zu sein, in Beziehungen klar und ehrlich zu kommunizieren und dich auf die energetischen Verschiebungen der Sonnenwende und des Mondwechsels einzustellen. Wenn du dich auf diese Themen einlässt, kannst du die Energien des Tages für dein persönliches Wachstum, den erfolgreichen Abschluss von Aufgaben und harmonische Beziehungen nutzen. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Umgekehrte Stärke deutet auf einen vorübergehenden Mangel an innerer Stärke oder Selbstzweifel hin. Sie kann auf eine Phase hinweisen, in der du dich weniger selbstbewusst fühlst oder Schwierigkeiten hast, Herausforderungen zu meistern. Für den heutigen Tag rät dir die Karte, dir der Momente bewusst zu sein, in denen dein Selbstvertrauen schwindet. Es ist wichtig, dass du dich darauf konzentrierst, deine innere Stärke und dein Selbstvertrauen zu stärken, wenn du dich Hindernissen stellst. Die Zehn der Schwerter ist eine Karte, die das Ende einer schwierigen oder schmerzhaften Situation symbolisiert. Sie steht oft für das Erreichen eines Punktes, an dem du eine bestimmte Last nicht mehr ertragen kannst und es an der Zeit ist, loszulassen und eine Veränderung zuzulassen. Heute deutet die Zehn der Schwerter darauf hin, dass du vielleicht am Ende eines herausfordernden oder belastenden Zyklus angelangt bist. Es ist ein Zeichen dafür, dass es an der Zeit ist, loszulassen, was dir nicht mehr dient, und sich auf einen Neuanfang vorzubereiten. Der Bube der Münzen ist eine Karte der neuen Möglichkeiten, der Praktikabilität und des Lernwillens. Sie steht oft für einen jungen Menschen oder einen Neuanfang im materiellen oder schulischen Bereich des Lebens. Heute ermutigt dich der Bube der Münzen dazu, neue Chancen zu ergreifen, auch wenn du dafür ganz von vorne anfangen musst. Sei offen für das Lernen und erforsche mit Begeisterung praktische Möglichkeiten. In ihrer Beziehung zueinander deuten diese Karten auf einen Tag hin, an dem wir das Ende einer herausfordernden Phase anerkennen und uns auf einen Neuanfang vorbereiten. Die Karte umgekehrte Stärke unterstreicht die Notwendigkeit, innere Stärke und Zuversicht wieder zu langen. Die Zehn der Schwerter steht für das Ende einer schwierigen Situation und damit für eine Chance zur Erneuerung. Der Bube der Münzen steht für die Offenheit, sich auf neues Lernen und praktische Erfahrungen einzulassen. Konzentriere dich heute auf den Aufbau deiner inneren Stärke und erkenne, dass du das Ende einer schwierigen Phase erreicht hast. Ergreife neue Möglichkeiten mit Begeisterung und der Bereitschaft, von Grund auf zu lernen. Indem du loslässt, was dir nicht mehr dient und neu anfängst, kannst du den Weg für eine hellere und vielversprechendere Zukunft ebnen. Die Karte umgekehrte Stärke und der Bereitschaft, von Grund auf zu lernen. Die Karte umgekehrte Stärke und der Bereitschaft, von Grund auf zu lernen.